Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-To-Self-Inspiration Kids Club. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich ein neues Video drehe, wenn meine Kresse rausgewachsen ist. Ich habe ja vor einigen Tagen euch gezeigt, wie man Kresse in ein Ei reinpflanzen kann. Ich hatte hier einfach das Ei und da habe ich Watte reingetan und da Kresse-Samen drauf gestreut. Und schaut mal, wie schön das schon rausgewachsen ist. Das Lustige ist auch, das stand so vorm Fenster, also dass das Gesicht eben hier bei mir ins Zimmer reinguckt. Und die Kresse ist dann so Richtung Fenster gewachsen. Damit kann man jetzt schön etwas Leckeres zu essen machen. Zum Beispiel esse ich immer ganz gern ein Brot und streiche da Frischkäse drauf und lege da Kresse drauf. Also da kann man schöne leckere Sachen mitmachen. Ich werde die auf jeden Fall jetzt weiter gut pflegen. Und wenn da nochmal irgendwas ganz Spannendes passiert, dann kann ich ja auch nochmal wieder ein Update-Video für euch drehen. So wollte ich es euch erstmal zeigen. Mein kleines Kresse-Männchen hat jetzt schon Haare bekommen. Ich finde, das sieht total niedlich und total schön aus. Und das Praktische ist, das ging wirklich richtig schnell. Ich habe einfach jeden Tag darauf geachtet, dass das schön feucht war. Also immer ein bisschen Wasser nachgekippt und schon nach wirklich zwei Tagen oder nach einem Tag sah man schon, dass die Samen so ein bisschen aussprießen. Und nach zwei bis drei Tagen sind die schon richtig schön hochgewachsen. Wenn ihr euch auch so freut wie ich, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr es auch ausprobiert und bei euch sind auch schon die Haare rausgewachsen. Gerne einfach alles unten reinschreiben. Und sonst, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, könnt ihr natürlich auch nochmal in mein Video schauen, wie ich das gemacht habe. Und vielleicht dann auch noch nachmachen. Jetzt wo ihr seht, wie gut das funktioniert hat. Vielleicht traut ihr euch dann auch ran. Also einfach nochmal reinschauen in die Videos. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!